Unter dem Motto Asien und die Welt, gemeinsame Herausforderungen, gemeinsame Verantwortung, findet die Jahreskonferenz des Boau Asienforums 2024 von Dienstag bis Freitag im südchinesischen Boau statt. Im Mittelpunkt der viertägigen Beratungen stehen unter anderem die Investitionen in Asien und die Heerausbildung asiatischer Wachstumspunkte, technologische Revolution, zukünftige Entwicklung der Elektrofahrzeuge, die Wertwirtschaft und der Ausblick der chinesischen Wirtschaft. Im Vorfeld des Forums wird weiterhin angenommen, dass angesichts des vergleichsweise stabilen Wirtschaftswachstums und des riesigen Marktes eine versteckte Zusammenarbeit mit China eine äußerst attraktive Entscheidung sein werde. Li Baodong, Generalsekretär des Boau Asienforums, sagte, der asiatisch-pazifische Raum sei nach wie vor eine wichtige Triebkraft des globalen Wachstums. Dabei bleibe China der größte Motor der Weltwirtschaft. Im Jahr 2023 wuchs das BIP des Landes im Vergleich zum Vorjahr um 5,2% auf über 126 Billionen Yen人民幣, etwa 17 Billionen Dollar. Nach Angaben des Generalsekretärs des Boau Asienforums haben der IWF und die OECD die Erwartungen an Chinas Wirtschaftswachstum angehoben. Angesichts einer Reihe von Herausforderungen wie unzureichende Nachfrage, Überkapazitäten sowie zunehmende externe Risiken habe sich die chinesische Wirtschaft weiterentwickelt und dabei ihre starke Widerstandsfähigkeit und ihr großes Potenzial unter Beweis gestellt. Neben der großen Nachfrage und einer großen Zahl qualifizierter Arbeitskräfte ist China überdies dabei, seine technologischen Innovationsfähigkeiten ständig zu verbessern, während neue Branchen, Geschäftsmodelle und Wachstumsmotoren rasch wachsen. Der allgemeine Trend zur Erholung und langfristigen Verbesserung bleibt Wirtschaftsexperten zufolge unverändert. Chinas Wirtschaft wird immer neuer, da ständig neue Wachstumsfaktoren und Entwicklungsvorteile geschaffen werden. Die Entwicklung neuer hochwertiger Produktivkräfte wird zweifellos stärkere Impulse und Unterstützung für die Entwicklung der Volkswirtschaft bieten. Im vergangenen Jahr hat die digitale Wirtschaft ihre Entwicklung beschleunigt und mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landes ist inzwischen 5G-Nutzer. Die installierte Kapazität der erneuerbaren Energien übertraf die der thermischen Energie, wobei die jährliche Neuinstattation mehr als die Hälfte der weltweiten beträgt. Auch traditionelle Industrien wurden rasch umgewandelt und modernisiert. Die chinesische Wirtschaft setzt also ihre Vitalität und ihr Potenzial durch die Öffnung des Landes frei. China passt sich aktiv an die hohen Standards der internationalen Wirtschafts- und Handelsregeln an, weitert die institutionelle Öffnung stetig aus, fördert die qualitative Verbesserung und quantitative Stabilität des Außenhandels, verstärkt die Bemühungen ausländischer Investitionen anzuziehen und treibt die qualitativ hochwertige Zusammenarbeit im Rahmen der Seidenstraße-Initiative voran. Wie gesagt, treibt China seine Außenöffnung beharrlich voran, was nicht nur die eigene wirtschaftliche Entwicklung vorantreibt, sondern auch Win-Win-Chancen für globale Akteure bietet und damit zum Wachstum der Weltwirtschaft insgesamt beiträgt. In diesem Zusammenhang stellt das Boao-Asien-Forum ausgerechnet eine Drehscheibe für wichtige Informationen über den Standort China, wenn es um versteckte Investitionen und Kooperationen geht, was vielleicht der Grund dafür ist, dass dieses sich scheinbar informelle Jahrstreffen immer so gut besucht ist. Selbstverständlich sehen wir darin Chinas tiefe Integration in die Weltwirtschaft sowie die Entwicklungschancen, die die Volksrepublik ihren weltweiten Partnern bietet. Ich bin Willi Kong und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.